Hallo zusammen, heute eine neue Folge aus der Schlafzimmerei aus Hannover Dören, euer Lieblingsbettenfachgeschäft. Wisst ihr schon? Es wird ein bisschen kalt draußen, wie ihr vielleicht gemerkt habt, deswegen drehen wir mal ein Video zum Thema Zudecke, Winterdecke, wie macht man das eigentlich? Kommt mal mit, zeig euch ein paar. Und zwar ist es so, dass die Temperaturen jetzt draußen fallen. Wer bei offenem Fenster schläft, der merkt so, Sommerdecke geht nicht mehr, Übergangsdecke vielleicht auch nicht mehr so richtig. Die alte Winterdecke ist vielleicht schon ein bisschen dünn geworden. Was macht man also? Okay, für die Kuschelschläfer unter euch ist natürlich die wärmste und leichteste Alternative eine Daunendecke, Ihr seht das von außen, das ist immer alles ganz schön und ein tolles Inlet und im Angebot ist vielleicht auch noch. Kein Mensch weiß, was für Daunen da drin sind. Es gibt eine sehr, sehr große Betten-Zudeckenfirma, die macht immer so kleine Säckchen an ihre Decken dran. Da kann man die Daunen auch mal sehen. Ziemlich grauenhaft, was man da manchmal sieht. Achtet darauf, dass ihr vielleicht eine Bio-Daune bekommt. Das gibt es heute auch schon im Bezahlbar. Artgerechte Tierhaltung bis zum Schluss. Dann gibt es auch noch KBA-Baumwolle oben drauf, also schadstofffrei. Kein Lebendrupf und so ein Kram. Wenn ihr eine Zudecke kauft, Daunenzudecke, 1000 Gramm drin irgendwie. Wenn Federn drin sind, ist immer schon komisch. Also so 90% Daune, 10% Federn ist meist nicht so gut. Seht zu, dass ihr eine hundertprozentige Daune bekommt. Die richtige Füllmenge muss passen, die richtige Steckhöhe muss passen und das Material da drin. Wie gesagt, am besten kein Lebendrupf und sowas. Da kann man darauf achten. Der Verkäufer erzählt euch sowieso, dass es alles okay ist. Ihr müsst da mal ein bisschen forschen. Dass ihr für 100 Euro jetzt keine anständige Daunendecke bekommt, ist euch wahrscheinlich klar. Ihr müsst aber auch keine 1000 ausgeben. Ab 200, 300 Euro geht es los in vernünftig. Dazu müsstet ihr wissen, wie bei jeder anderen Winterdecke, die ihr euch zulegen wollt, auch. Seid ihr eher ein Forstköttel? Also die Mädels zum Beispiel schlafen immer noch unter der Winterdecke, während der Mann schon seine Sommerdecke hat. Das gibt es halt ganz häufig. Wie ist euer Wärmebedürfnis? Wie kalt ist es bei euch? Auch wenn ihr gerade umzieht, kauft euch noch keine Decke, sondern guckt erst mal, wie wird denn der Winter da? Ist das Haus gut isoliert? Habt ihr vorher im Altbau gewohnt? Viele kommen immer hier rein und kaufen ein neues Bett. Wenn sie umziehen mit der Zudecke, warten wir immer. Also Daune, sehr, sehr warm, sehr, sehr leicht, aber Daune ist nicht gleich Daune. Dann gibt es Synthetikdecken. Die allergiker geeigneten waschbaren Synthetikdecken. Die gibt es mittlerweile auch als Sportfaserdecken, das heißt keine Hohlfaser. Hohlfaser ist immer ein bisschen blöd, weil die Feuchtigkeit kriecht in die Fasern rein, braucht sehr lange, um zu trocknen. Man schwitzt oft unter diesen Decken. Also viele von euch diesen Teil aus Mikrofaser vielleicht haben, womöglich auch noch knöpfbar als Vierjahreszeitendecke. Die merken, ich muss mich aufdecken, muss mich zudecken, weil die Decken einen Wärmestaub produzieren. Gibt es ab 29 Euro, natürlich ist das Schrott. Auch diese Decken gibt es so ab 200 Euro in vernünftig. Ich meine, wenn ihr überlegt, wie lange Jahre schlaft ihr unter so einer Decke, da sind 200 Euro nicht viel Geld, das sind pro Nacht, das sind zwei Cent oder so irgendwie. Müsst ihr mal ausrechnen. Aber auf jeden Fall, es gibt Synthetik auch in atmungsaktiv. Verschiedene Bezüge drauf, auch da kann man nochmal normale Baumwolle nehmen oder hier ist ein Novus Bezug drauf, der ist besonders leicht, fühlt sich fast an wie eine Daunendecke. Also ich merke gar nicht, dass ich eigentlich eine synthetische Zudecke habe. Dann gibt es noch die Naturmaterialien. Schurwolle ist so ein bisschen Oldschool, kennt ihr noch von Omi, eine sehr schwere, steife Decke, 1000 Gramm Schurwolle drin, am besten noch mit so einem echten Schaffell oben drauf. Das war früher mal. Heute kann man das Ganze machen mit Kamelhaar zum Beispiel oder Kaschmir. Kamelhaar ist die halbwegs bezahlbare Variante, ist ein ganz tolles Material, muss kein Tier für sterben. Die Fasern dehnen sich aus oder ziehen sich zusammen, je nachdem, was die Decke leisten muss. Also obwohl das ausgekämmt ist, arbeiten die Haare immer noch und lassen überschüssige Wärme und Feuchtigkeit durch oder halten die Wärme unter der Decke, wenn es draußen kühler wird. Funktioniert super gut. Wenn ihr zu viel Kohle habt, kauft euch gerne Kaschmirdecke. Die sind relativ teuer. Die Kaschmirziege wirft nur so 200 Gramm Haare ab bei jedem Kämmen. Das ist nicht viel. Da brauche ich eine ganze Weile, dass ich so eine Decke zusammen habe. Die fangen so bei 400-500 Euro an in vernünftig. Bei Kamelhaar auch noch mal darauf achten, es gibt Kamelhaar und Kamelhaarflaumen. Normales Kamelhaar ist günstiger, aber sehr steif. Der Pflaumen ist ein bisschen feiner, die Decke fällt leichter. Also auch hier hat man nicht mehr irgendwie so ein Brett, irgendwie wie bei der Schurwoll-Variante, sondern die fallen relativ fluffig. Sehr, sehr gute Wärmehaltung, aber einen super guten Feuchtetransport. Also bei Vielschwitzern, die jetzt nicht ständig ihre Decke waschen müssen, ist Kamelhaar echt ein tolles Material. Oder eine sehr atmungsaktive Bio-Daune. Bio-Daune auch deshalb, weil sie ihren Fettmantel bei der Wäsche behält und dadurch die Feuchtigkeit sofort wieder abgibt und nicht irgendwie klamm wird. Kennt ihr von dem billigen Daunenkopfkissen. Wenn der Typ schwitzt, ist das Ding bei uns richtig kalt und nass. Das passiert mit einer Bio-Daune nicht. Richtiger Wärmegrad. Einfach ein bisschen gucken, was habt ihr bisher gehabt, ist nochmal ganz interessant. Habt ihr schon mal unter Daune geschlafen, dann bleibt vielleicht dabei. Wenn ihr unbedingt Synthetik braucht, weil ihr eure Decke alle sechs, acht Wochen waschen müsst, dann nehmt eine Synthetikdecke, aber nehmt eine vernünftige Synthetikdecke. Gleiches gilt halt eben für Kamelhaar. Dort lieber einen Pflaumen kaufen als das Haar und Kaschmir. Super Material, relativ teuer. Muss nicht unbedingt sein, aber es sind schöne Zudecken. Okay, also nicht frieren im Winter ist wichtig, dass es schön kuschelig ist. Lasst euch beraten, holt euch zwei oder drei Meinungen ein und auch hier Vorsicht bei Angeboten. Die werden oft nur dafür produziert. Alles klar, das war es von mir. Schlaf gut. Tschüss.